Die Kante, die Kante, die Kante. Das hab ich. Kante, die Kante. Jetzt stand hier nichts von dem Blauen. Achso, jetzt müssen wir doch wieder runter Dennis, du hast irgendwas mit dem Jeep gemacht. Ne, jetzt müssen wir nach oben. Oha, ich hab keine Waffe. Oh, ich hab keine Waffe. Dennis, nix, nix, nix. Ich bin leer, komplett. Ah, ich hab ja noch Painkiller. Ich hol mir eben ne Waffe, Jungs, dann helf ich euch. Hier lag doch keiner. Und ich geh nach oben. Wenn ihr keine Waffe mehr habt. Geh schnell den, mit dem Fahrstuhl fahren. Alter! Oh, diese scheiß Mörser, alter. Besser. Hab ich, hab ich. Bei dieser Zypen. Ich war hier nicht irgendwo vorhin in einem MG. Ach. Ne, weg. Bleib du mal bei Kevin, ich geh nach oben. Okay. Die, die Toolbox. Doch, doch, jetzt. Oh, beeil dich Dennis. Warte, ich komme. Willst du mit hoch, oder was? Hoch? Ja, ja. Runter. Oh. Hä, wo kann man denn hinfangen? Kann man sich aussuchen? Nein, nein. Nach unten fährt man ja in die Tieferraschung. Warte, ihr, sonst ist es, sonst ist es verbackt. Man fährt nach unten in die Tieferraschung. Kann sein. Ja, ja. Ich dachte, man kann sich aussuchen. Hä? Alter. Oh, nee. Ich bin verbackt. Nein, ich werde sterben. Bist du gesprungen, oder was? Was ist los denn, Dennis? Aber hat sich krank gestützt. Ja, und dann verliere ich wieder Punkte. Ja, es sind nicht so viele Punkte. Dann kannst du mich hören. Ach so. Hier unten ist verdammt dunkel grad wegen Pankeller. Ja. Und ey, Kevin, du musst aufpassen. In den mittleren Gang, wo die Lampen sind, da liegt noch so ein Schlüssel. Zucker bei der Mitte ungefähr. Dennis, du bist ganz heftig verpackt. Ja. Wo? Es geht, bitte. In der Mitte. In der Mitte? Also, du läufst? Ja, genau, hier. Da, wo ihr jetzt seid. Du siehst mich? Warte, Kevin, bleib da oben. Ja, bitte bleib da oben, ja. Bitte bleib da oben, ja. Ich geh da oben und lass mich, lass mich töten. Hier. Wo ich jetzt stehe, Kevin. Gucke da. Das hast du jetzt gesammelt. Ja. Gas added. Ja. Und Key, wir brauchen Autoschlüssel. Ja, hier, vielleicht diesen Half-Cakes. Vielleicht das ist der Autoschlüssel. Nee, den hätte ich jetzt schon gehabt. Weil es ist egal, wer hier was einsetzt. Warten wir nicht hochfahren. Oder runter. Oh, es ist dunkel hier. Ah ja, oder? Ja, wegen Pankeller. Ja, bei mir auch. Was will der denn jetzt hier bei dem letzten Schritt von uns? Warte mal, steht das nicht, wenn man... Scheiße, steht hier nicht. Ja, steht hier nicht. Okay, ich bin gespawnt. Er will, dass wir den Autoschlüssel finden. Ja, Jungs, das ist ja hier bei dem Auto, aber nicht da oben. Das ist extrem kackt, weil alle Zombies vor dem Aufzug stehen. Ja, das wird jetzt richtig gefährlich. Und wir dürfen nicht zu Besuch fahren. Achso. Ja, Jungs, lasst mich mal, ja? Ich gehe all in, okay? Okay, lasst mich. Ja, ja, fahr alleine, fahr alleine. Weil wenn wir jetzt... Ja, ich krieg schon im Aufzug Schläge. Ehrlich? Ja. Oh, dann haben wir jetzt dann schon verloren. Guck mal seine Beine. Ah, ich seh's. Ja, ich bin verpackt. Bist du gesprungen? Nee, ich bin geschlagen von einem Zombie. Oh, nee. Jetzt bitte nicht nochmal von vorne, Alter. Nee, nee, ist nicht schlimm. Ich würde mich töten lassen, ne? Jetzt müsste ein Spiel normal sein. Ah, ich bin wieder frei. Okay, ich fahr wieder hoch. Hier. Nee, weil hier war ein Zombie drin. Oh, der Aufzug ist sehr, sehr buggy, Jungs. Bist du oben? Sehr, sehr buggy, der Aufzug. Ja, ja, hier ist nicht ein Zombie. Okay, nice. Dann holen wir uns hin. Wir müssen uns ganz hinten an die Wand stellen, Dennis, ne? Nicht, dass es verpackt. Ja, ja. Mach auf die Ding hier. So, kommen wir so rein. Fangen wir mal los. Rein zu gehen. Soll mir mal einer sagen, was ich machen soll? Oh, oh, guck mal hier. Der ist es. Ich komm nicht raus. Ach doch. Puh. So, jetzt müssen wir... Ich geh nochmal zu den Charakter. Charaktere. Den Charaktern. Ah, ah. Er will nix. Er will nix. In die Toilette. Alter, wie viel die schon schlucken. Die wollen nix. Er will nix. Ist die Kiste schon offen? Er will aber noch was, glaube ich. Hier, er wollte doch noch ein T-Shirt haben vorhin. Warum will er das jetzt nicht haben? Ach so, aber aktiviert habt ihr ihn schon. Ja, ja. Oh, ich werd sterben. Dennis nicht hoch. Oder helf mir durchzuschießen. Ich hab keine Waffe, ich muss weiter machen. Ach so. Ne! Ich hab nicht mehr. Danke sehr, wir haben dein Geld. Okay. Wo bist du? Er liegt im CD-Laden. Ach, Waffen-Shop. Hä, aber wo müssen wir... Warte mal, habt ihr schon das Poster angeschossen? Er ist gar nicht hier! Waffen-Shop. Gart nicht einer CD-Shop gesagt? Ja, ich. Weil ich dachte, dass er im CD-Shop gestorben ist. Weil wir da gerade beide waren halt. Habt ihr schon diesen... Robber-Typen da getötet? Ne. Auch Infinity Ward noch nicht zerstört. Oh, ich bin wieder auf Drogen. Da! O-Link Brainkiller. Was los, Dennis? Willst du dich töten lassen einfach? Dennis fliegt raus. Ich hab irgendwas gemacht, Jungs. Ich glaub, Dennis fliegt raus. Hä, Dennis? Naja, antwortet nicht. Team fliegt auch noch. Naja, war gut. Kevin, hast gehört? Ich hab das Gehirn zerstört. Okay. Okay. Vielleicht kannst du jetzt neue Aufgaben machen. Telefonnummer. Oh, Alter. Oh, Alter. Ja. Ja, aber in welchen Laden habt ihr denn reingeschossen? Ja. Ja, hier in den hier. In welchen? In Infinity Ward, dann wurde Robert getötet. Ja, da habt ihr hier hinten das Gehirn getroffen. Dennis hat da reingeschossen, ich weiß nicht wie er das gemacht hat. Nee, ich hab da nicht reingeschossen, ich hab nix gemacht. Du hast gestern Robert Bowling getötet. Nee, das war nicht ich. Sicher? Ja. Doch, das war's dir, Digga. Hier hab ich raufgeschossen, Dennis. Hier. Da war ein Gehirn vorher drin eigentlich. War hier noch irgendwas? Da kam denn, ich hab dieses Gehirn getötet oder so. Raus hier, Alter, bevor ich mich hier einsperre. Ey, Jungs, hier an der Tankstelle wisst ihr, was wir da gemacht haben? Was? An welcher Tankstelle? Ja, ja, das ist ne Zapfsäule hier oben. In dem Kino? Wir haben den Behälter aufgefüllt und den nach unten gebracht zum Auto. Ah, okay. Wir sind durch hier beim Kino. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt hab ich das nämlich auch erst mal gesehen, dass das ne Zapfsäule ist. Das hab ich vorher gar nicht gesehen gehabt. Hier ist noch ein Teddy, Kevin. Wo? Hier im Hellshop oder Hellshop. Da hinten, bei der Kasse. Hier hinten, ja. Oh, da war ich eigentlich gerade, glaub ich. War ich da nicht? Vielleicht hast du das mal übersehen. Ah, wir müssen die ja alle sammeln. Ja. Also mal. Dann bekommen wir auch den Schließend fürs Auto. Ja, woher weißt du das? Ja, hat der auch gesagt. Ja, das heißt wir müssen nur noch Teddys suchen. Oder was? Ich kann mir gut vorstellen, wo einer noch ist. Oh! Nein, nein, nein. Bitte nicht sterben. Ist das unser? Ne. Da liegt wieder ein Eliminator hier diese Fotze. Oh, manche Teddybären sind aber richtig mies versteckt, Jungs. Ja, da kriegen wir auch schon irgendwie hin. Teddybären. Was ist das? Biagra. Wär das eine haben oder was? Ne. Ah, der muss ja. Muss ja, ja. Ne. Ah, doch hier. Er macht uns nur die Kiste. Ach so. Kann man jetzt eigentlich immer noch C4 kaufen? Ne, kann man nicht mehr kaufen, Jungs. Haben wir es geschafft. C4 und so. Die Schritte haben wir rum, diese Scheißschritte. Also müssen wir noch drüber haben. Das heißt, ich brauche gar kein Geld, glaube ich. Na, mach mal trotzdem lieber. Sicherheitshalber. Aber ich finde keinen Teddy mehr. Ich wüsste noch so ein paar Verstecke. Ich bin gerade unten. Du bist unten. Ja, ich bin unten. Guck gerade, ob hier noch irgendwo ein Teddy liegt. Aber diesen Robert... Mir ist alles ganz, ganz dunkel. Diesen Robert haben wir ja auch noch nicht getötet. Das müssen wir, glaube ich, schon gemacht haben jetzt. Ich glaube, sonst wären wir nicht so weit. Hier ist Teddy. Oh. Im Einkaufsladen. Ja? Hä? Da war ich doch gerade. Kevin, Kevin, komm raus. Penkeller, Digga. Penkeller. Ich laufe nicht ohne Penkeller rum. Oh. Keine Sorge. Ja. Hier. Ich glaube, es erscheint immer nur einer irgendwo. Das wird auch so sein. Oh. Aber noch vorhin einer. Hier, da ist jetzt aber keiner. Ich muss wieder nach oben, Jungs. Hast du schon im Gun Shop geguckt? Hab hier noch irgendwo... Hier sind denn wir. Wo? Wo? Ich glaube, diesen Donkey-Scheiß. Hier gibt er die Cabin. Ja, warte. Penkeller ist weg. Hab ich? Aber er verschwindet nicht. Er ist nicht verschwunden. Ich hab ihn aber genommen. Ja, man sieht's ja an deinen Punkten. Ich weiß, wo jetzt noch einer sein könnte. Im Kino war vorhin noch einer. Der wird auch sein der letzte, glaub ich. Nee. Alter, wie schnell du bist, Dennis. Ah, mal fünf. In dem Kino ist keiner. Aber ich weiß, wo noch ein paar waren. Oder vielleicht ist hier einer im Kino. Was? Was müssen wir jetzt nochmal machen? Teddybären sammeln. Suchen. Aber nur ein paar Teddybären suchen. Was? Crawler. Warte, ich komm, Dennis. Ich komm, ich komm. Crawler? Nee, nee, doch nicht. Komm bei ihm. Okay, nice. Soll ich komm? Nee, nee, die stehen einfach nur rum. Okay. Hab ihn. Tiddies, Jungs, Tiddies. Wo könnten wir sein? Warte noch. Oh, scheiße. Ich hab Geld genommen, aus Versehen. Ach, scheiße. Brauchen wir eh kein Geld mehr, glaub ich. Leider nicht so sicher. Was? Die vier brauchen wir nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr nachladen. Das heißt, ich bin gleich leer. Nein, 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 nein. Der Penkler war wieder weg, erscheint. Der Mann ist auch grad. Äh. Boah. Wie schnell ist das? Die werden gleich schnell, die Zombies. Ah, ah, ah. Vorsicht, Dennis, Vorsicht, Dennis. Oh, mein Penkler ist weg. Ah, nein, 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 nein. Und die Zombies werden schnell. Quatsch, versuch mal der Dings abzugeben. Ja, was denn? Probierter Trawler gemacht. Drück nichts. Block mich doch nicht, du Wichser! Warum wird er denn nicht angegriffen, der Soldat, man? Oh, nichts, du unten? Ja. Und der Soldat hat mich blockiert. Alle Zombies haben mich nicht angegriffen, ne? Nur nicht, Alter. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Du bist du denn? Bist du tot? Ja, ich bin da. Okay. Wenn du jetzt hier runter springst, ist jetzt nicht ein Zombie. Ich bin ganz sicher, die Jungs. Ja, wenn du mich rettest, Digga, hier. Das ist ganz locker easy, nicht ein Zombie. Doch, jetzt kommt wieder einer. Knall hinab, knall hinab. Und rette mich, rette mich, rette mich, schnell. Wir sind voll ready, Digga. Ich bin weg. Ich bin gespawnt. Hier in Sicherheit. Scheiß auf mein Geld, Digga. Scheiß auf mein Geld. Was hat er für mich? Hä, aber der hat ja komischerweise noch nichts gesagt mit diesem blauen Gegenstand, oder? Oder Jungs? Irre ich mich? Was denn? Was ist noch schießen? Hat er, dass er gesagt hat, wir brauchen dieses blaue Gegenstand? Das hat er doch noch nicht gesagt, oder? Ja. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall. Jungs, das haben wir. Wir haben, das ist fertig dann. Wir haben dem Patrouille gegeben. Kommen wir erstmal Painkiller. What the? Fuck. Ich will mal zum Auto unten. Ja. Ja. Das war schon. Ja. 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 Ey, das Auto fährt Was? Wie, das Auto fährt Wir haben's Wir haben's geschafft Wir haben's Wir haben's geschafft Oh mein Gott, Alter Oh Gott Oh Ich bin richtig froh Wir haben's gepackt, Jungs Oha Alter Das war aber eine harte Map, ey Ohne Scheiß Das war richtig schwierig Oh Gott Ich glaube, wir haben eine der schwierigsten Maps gepackt Ich bin so froh Mir hat die Map übelst Spaß gemacht Mir auch Ja, obwohl sie ein bisschen abgefuckt hat Sie hat richtig abgefuckt, aber sie hat auch Spaß gemacht Das war so eine Hassliebe Ah, sie hat richtig Spaß gemacht Ich glaube, ich kann für Jan auch sagen, dass sie eben keinen Spaß gemacht hat Ja, endlich, Alter, oh Gott Ja, tut mir leid, wenn's ab und zu langweilig war Aber, ne, ihr wisst ja Ehrgeiz Wir wollten's packen hier, ne Man muss ja ein bisschen ehrgeizig sein Wir haben jetzt drei Tage, glaube ich, an der Karte gegangen Zwei Ja gut, wenn du das so ab 0 Uhr rechnest Dass es dann nächster Tag ist Haben wir auf jeden Fall drei Tage drangezockt Ne, vier Ne, drei Sorry, sorry Drei Tage Drei Tage an dieser Map gezockt Ja, und ihr seht davon, ich weiß nicht, wie viele Stunden Na gut, das soll's auf jeden Fall gewesen sein Link ist in der Beschreibung Was denn? Ich mag das, wenn du mich unterbrichst Ja, ja, aber Das Easter Egg ist schwerer als die Zwerge Das stimmt auf jeden Fall Das stimmt auf jeden Fall Na gut Ich sag's nochmal Oder möchtest du noch was sagen, Dennis? Nee Okay, ich wünsche dir viel Spaß Viel Erfolg bei Zombies killen und Haut rein Haut rein Hallo, you I want you to subscribe Du weck die Kassi Ist wunderbar Das stimmt, ich will dir viel Spaß Ich tue ein Video Und dann bin ich ganz sicher Das stimmt, ich will die Kassi 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 Das ist eure Kassi Untertitelung des ZDF, 2020